1931 begann Ares Detlefs mit der Entwicklung des ersten Karawans. Dies ermöglichte ihm, seine Familie während seinen langen Geschäftsreisen immer dabei zu haben. Ein Freund der Familie. Werde auch du Azubi bei der Firma Detlefs, die Teil der Abbey Humor Group ist und am Standort in ISNI inzwischen weit über 1000 Mitarbeiter beschäftigt, davon über 50 Azubis. Wir Azubis bekommen die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten wie auf dieser Filmserie teilzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und dabei gefördert und gefördert zu werden. 1983 begann die Fertigung von Reisemobilen am Standort in ISNI. Heute verlassen unser Werk, das inzwischen eine Größe von ca. 40 Fußballfelder erreicht hat, jährlich über 12.500 Fahrzeuge. Bewirb dich jetzt für einen der insgesamt 12 verschiedenen Ausbildungsberufe oder Studiengänge und werde Teil unseres Azubi-Teams. Detlefs, ein Freund der Familie. Weitere Infos findest du auf unserer Homepage. Viele Zinsen aufgrund des Hijamorums und Kommunikationsberufe. Vielen Dank.